Eine grundlegende Anweisung, die euch hilft, in euch was in Bewegung zu bringen, eine andere Erfahrung zu machen mit euch selber, mit der Welt, einfach die Transformation schneller in Gang zu setzen. Und wenn man weiß, welche Struktur man hat, also Autonomie oder Verschmelzungsstruktur, dann kann man quasi mit einer Anweisung oder mit einem Satz, den ich gleich sage, das Gegenteil der Programmierung, der Prägung der Kindheit in sich etablieren. Und natürlich ist das etwas, was für viele, die erst am Anfang ihrer Transformation stehen, nicht sofort möglich ist. Aber es ist das radikalste und schnellste. Und das hat was damit zu tun, welche Aufmerksamkeit oder in welche Richtung ich die Aufmerksamkeit lenke. Beziehungsweise, man könnte es noch anders sagen, den Energiefluss, der mir als Kind aufgezwungen wurde, diese Verzerrung des Energieflusses, in ihr Gegenteil umzukehren. So, und ich werde das für beide Typen jetzt sagen. Vielleicht wisst ihr das ja auch schon, ist eigentlich nicht wirklich was Neues, ist es selbstverständlich, aber vielleicht ist es doch gut, das nochmal explizit zu hören. Also, für den Autonomie-Typ, wenn du dein Leben auf den Kopf stellen willst, zum Guten, dann ging es darum, deine innere Haltung gegenüber anderen Menschen zu ändern. Und zwar in der Hinsicht, dass du andere Menschen innerlich nicht mehr verlässt. Das muss zu einer neuen oder zu deiner Grundhaltung werden, wenn du das hörst, weil das alles umkehrt, was du bisher erfahren hast. Also nochmal, wenn du Autonomie-Typ bist, dann geht es darum, andere Menschen nicht mehr zu verlassen. Innerlich, sich innerlich nicht mehr, nie mehr, bis in alle Ewigkeit, von anderen zu trennen. Und ich meine innerlich, das ist ganz wichtig. Das hat nichts mit der äußeren Ebene zu tun, sondern mit der inneren Ebene. Natürlich, wenn jemand dir nicht gut tut, natürlich musst du dich dann äußerlich schützen. Oder wenn du Interesse an jemanden hast, dann gehst du näher hin. Das geht nicht um diese Ebene, sondern um die innere Ebene. Und du kannst immer bei den anderen Menschen bleiben, innerlich, egal, was auf der äußeren Ebene passiert. Ich nenne immer das Beispiel, wenn ich jemanden aus einer Veranstaltung rausschmeißen muss, weil der zum Beispiel so stört und nicht mehr kontaktfähig ist, im Extremfall ist bisher, glaube ich, nur einmal passiert, dann trenne ich mich trotzdem innerlich nicht von dem Menschen. Also ich bin Autonomie-Typ. Ich schmeiße den dann formal äußerlich raus, aber ich trenne mich innerlich nicht davon. Ich trenne mich innerlich nicht von diesem Menschen. Und genauso, wenn ich mich abgrenzen muss, in der Öffentlichkeit, wenn ich jemanden anschreien muss, weil der mir zu nahe kommt oder mir droht, wenn ich mich wehren muss, trotzdem trenne ich mich nicht innerlich von diesem Menschen. Das geht übrigens auch gar nicht. Wir können uns gar nicht voneinander trennen. Wir können nur so tun, als ob, indem wir Gedanken darüber legen, den anderen zum Beispiel abwerten oder so. Das ist wie so eine Trennungssimulation, um den scheinbar von uns fernzuhalten innerlich. Tatsächlich geht das gar nicht. Das heißt, was wir damit machen, ist, wir trennen uns von unseren eigenen Gefühlen, von unserem eigenen Innenraum. Scheinbar. Gehen tut es nicht, aber wir können so tun. Und das ist was, was der Autonomie-Typ als Kind machen musste. Der hat sich innerlich von den Menschen, von dem Umfeld trennen müssen, um stabil zu bleiben und zirkuliert um sich selber. Jetzt, entweder um Körpersymptome oder in seinem Gedanken-Universum. Der hat die Verbindung verloren. Und mit dieser Änderung deiner Haltung als Autonomie-Typ, trägst du das alles um. Und dann wirst du sehen, dass es zu starken Veränderungen kommt. Natürlich ist das wie gegen, scheinbar gegen dich oder scheinbar gegen dein Ich-Gefühl, gegen das, was sich für dich als natürlich und richtig anfühlt. Aber wenn du es machst, probiere es einfach mal aus, wenn du willst. Löse dich nicht von anderen Menschen. Bleib innerlich dabei. Weise sie nicht weg, werte sie nicht ab, all das, sondern bleibe innerlich bei den Menschen. Ich kann es nicht anders oder besser formulieren. Geh nicht weg von den Menschen. Trenn dich nicht und guck, was dann passiert. Und dann werden Wunder passieren. Für den Verschmelzungstyp ist es genau umgekehrt. Für den Verschmelzungstyp geht es ja darum, dass er sich verloren hat. Was dieser Typ, diese Struktur, Menschen mit dieser Struktur tun können, um eine Transformation in Gang zu setzen, eine Tiefe ist, dass sie sich nicht mehr selbst verlassen. Ja, also sich nicht mehr von sich selbst trennen. Weil das ist das, was die Verschmelzungsstruktur machen muss, in der Kindheit, um stabil zu bleiben, um das zu überstehen alles. Ja, sie ist von sich weggegangen, nach außen. Also ging es darum, nie wieder von dir selber wegzugehen, dich nie wieder innerlich zu verleugnen, auszublenden, was da los ist, sondern bei dir zu bleiben. Und das wiederum hat auch nichts mit der Außenwelt zu tun. Das hat nichts damit zu tun, dass du nicht auf andere Menschen zugehen kannst und dich für andere Menschen interessierst. Ja, oder dich trennst oder dich abgrenzt oder jemandem eine Liebeserklärung machst. Das hat mit all dem nichts zu tun. Du kannst das alles machen und trotzdem bei dir bleiben. Das ist eben der Punkt. Du bleibst trotzdem bei dir, egal was im Außen passiert, egal was du äußerlich machst, was außen erscheint, welchen Umständen du begegnest, welchen Menschen, was du tun musst, Distanz herstellen oder Nähe herstellen. Das kannst du alles machen, ohne von dir wegzugehen. Das ist nicht mehr notwendig. Das war als Kind notwendig, aber jetzt nicht mehr. Das heißt, du änderst deine Haltung dir gegenüber, dir selber gegenüber und du trennst dich nie mehr von dir selber, indem du dich abwertest, ausblendest, verleugnest, dich klein machst, was auch immer du da als Strategie hast, dass du mit dir verbunden bleibst. Und dann wird genau das Gleiche passieren. Ja, das Gleiche, wie wenn das, was ich gerade gesagt habe, im ersten Teil der Autonomie-Typ macht, dann kommen beide Strukturen in Kontakt, weil der Autonomie-Typ hat den Kontakt verloren, indem er sich von dem Außen, von den anderen Menschen getrennt hat und der Verschmelzungstyp hat den Kontakt verloren, indem er von sich selber weggegangen ist. Und mit dieser anderen Haltung dreht sich alles um. Das äußere Leben, die ganze Physiologie, wie Menschen dann auf dich reagieren, es dreht sich alles um zum Guten. Und du wirst sehen, dass dann genau das passiert, was du dir dein Leben lang ersehnt hast. Ja, und was du mit den Strategien aus der Kindheit nicht nur nicht erreicht, sondern eigentlich verhindert hast. Und mit dieser anderen Haltung drehst du die Strategie um. Und wie gesagt, wenn du am Anfang stehst, geht das wahrscheinlich erst nur ganz vorsichtig, ganz wenig. Aber je weiter die Transformation fortschreitet, desto vollständiger und totaler kannst du das machen. Bis hin dazu, dass zum Beispiel der Verschmelzungstyp keinen Millimeter mehr von sich weggehen muss. Und der Autonomie-Typ. andere Menschen nie wieder verlassen muss. Und das ist meine Haltung heute, ja, als der Gopal, ja. Weil wenn ich das mache, leide ich. Wenn ich mich auch nur einen Millimeter von den Menschen innerlich wegbewege oder löse oder irgendeine Distanz herstelle, dann leide ich, ja. Ich leide dann vorrangig. Deswegen mache ich das nicht mehr. Und das fühlt sich großartig an. Und genauso großartig fühlt sich das für den Verschmelzungstyp an, wenn er das mit sich selber macht, sich nicht mehr zu verlassen. Dann kommt da wie sowas Göttliches rein, wie was Transzendentes, was Unaussprechliches. E doen wir nicht so weit? Also 여러분 dasiki-etic-die-GO-STZ schon mal macht, sich um das M شissen rein. Also doch immer darüber nach males. Und das war, mich aber 그다음에 in Deutschland. Und wir sind natürlich für den Verschmelzung und so weiter. Also ich komme zu über 29 oder 24-dMst-T6. Dieses Seine hier mal was mit problemas haben. Als M St-Derme toujours wieder passieren, dass wir das sich aber auch noch nicht mehr schulter. Und wir sind aber auch nicht mehr da, als